und da ist es wieder soweit die europa-show willkommen an dir willkommen das ist alles nur eine show ich verstehe nicht worum es hier geht ein bisschen solidarität die politik bedient sich an vielen marketing tools aber wir leben doch in einer markt wozu brauchen wir da ein grundgesetz und dass die menschenrechte einfach abgeschafft werden grundlos macht keinen sinn virus grundrecht ich will meine glührex natürlich ja okay robert schau coronavarius ist hoax deals